Hallo Nation, Moukoko ist enttäuscht, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema, Yusufa Moukoko ist offenbar mit seiner fehlenden Spielzeit bei Borussia Dortmund unzufrieden und ein Abschied vom Verein im Januar wird immer wahrscheinlicher, mit Niklas Füllkrug und Sebastien Haller vor ihm in der Angriffsreihenfolge kam Moukoko in dieser Saison kaum zum Einsatz. Der 18-Jährige stand in dieser Saison bisher nur 66 Minuten auf dem Platz und hat seit seinem sechsminütigen Cameo-Auftritt gegen Freiburg im vergangenen Monat nicht mehr in der Bundesliga gespielt. In einem Bildbericht heißt es, Moukoko sei äußerst verärgert und enttäuscht darüber, dass er beim BVB trotz beeindruckender Leistung im Training keine Spielzeit bekommen habe. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.